Bonjour, je m'appelle Brigitte. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'expression aller à. Für den deutschen Ausdruck zu einem bestimmten Ort gehen, benutzen die Französischsprachigen das Verb, auch Tätigkeitswort genannt, aller, und die Präposition, auch Verhältniswort genannt, à. Man kann den Ausdruck in drei Bereichen verwenden. Trois Categories. Le Travail, l'école, die Arbeit, die Schule, acheter, boire. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vielen Dank.